Unsere Referentin heute ist Professor Martina Dallavecchia. Sie ist auch schon gefühlte 18 Jahre oder echt 18 Jahre in diesem Business tätig, hat natürlich eine riesige Erfahrung, unterrichtet an der Fachhochschule Nordwestschweiz, wie man unschwer am T-Shirt erkennen kann, das gelbe T-Shirt. Und sie ist natürlich eine ausgewiesene Expertin in Sachen Social Media und natürlich vor allem spezialisiert auf Business Networking. Und begrüßen Sie bitte mit mir mit einem donnernden Applaus Professor Martina Dallavecchia. Ja, also vielen Dank für den Applaus. Und eben, Jörg, vielen Dank auch für die Einführung. Ich habe gedacht, ich bringe mal den lebenden Beweis mit fürs Networking und was man damit alles so machen kann. An der Fachhochschule A, du bringst noch den Rest mit. Das hier sind die Tweets der MX der letzten zweieinhalb Tage. Wir haben die auf unserer Twitter-Wall entsprechend gesammelt und über einen Thermoprinter ausgedruckt, sodass dann auch diejenigen, die über uns getwittert haben, sich das dort an der Wand mit Gestensteuerung haben ausdrucken können, zum Mitnehmen. Und das hier ist nebenher mitgelaufen, so wie bei der Kasse, im Endeffekt der Beleg für all das, was wir in den letzten Tagen hier auch entsprechend produziert haben. Und ich hoffe, Sie haben alle fleißig mitgetwittert, oder? Twittern Sie alle? Das sieht jetzt fast so aus wie bei meinen Studenten. Wenn ich die dann frage, hey, und wer von euch twittert, dann ist das auch eher etwas verhalten. Und dann sage ich, okay, gut, das war jetzt die Zeit bis jetzt. Und jetzt geht das los. Jetzt steigen wir da voll ein. Und jetzt müsst ihr natürlich twittern. Meine Studenten, die müssen dann natürlich twittern. Was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Das Thema eben Business Networking im Marketing. Business Networking ist natürlich das, was wir hier heute auf der Messe machen. Wir kommunizieren miteinander. Wir sind füreinander da. Auf der einen Seite die Aussteller, die Besucherinnen und Besucher. Und das alles ist auch ein Teil vom Business Networking. Ein weiterer Teil vom Business Networking ist natürlich, dass man Empfehlungen ausspricht. Ich habe Ihnen dafür diese Adventskiste als Beispiel mitgebracht. Das ist das Projekt unserer Studenten vom CAS E-Commerce und Online Marketing vom letzten Herbst. Die müssen dann immer bei mir gerade aktiv ein Projekt realisieren und dafür ein E-Commerce und ein Online Marketing Konzept schreiben. Die eine Gruppe hatte keinen echten Case, aber jemanden mit einer Idee. Und die Idee haben sie gerade eins zu eins umgesetzt, während des Kurses. Und jetzt ist Toni Riccatelli, der Kopf hinter dieser Adventskisten-Idee, der ist jetzt einen Stock über uns und präsentiert dort seine Idee, nämlich, dass man online in einem Shop eine Adventskiste mit 24 Päckli zusammenstellen kann und die dann passend zum Beginn der Adventszeit zu verschenken oder Kunden zu überreichen. Eine tolle Idee. Und wer mag, kann nachher natürlich hier gerne zugreifen und mal so ein Müsterli dann auch probieren. Und in dem Sinne, hoffentlich, ja, you are what you share. Das ist eigentlich die Philosophie hinter dem Social Media und dem Online Marketing. Wir sind das, was wir mit den anderen Menschen teilen. Und das gilt ganz besonders natürlich für das Thema Business Networking. So wie wir auftreten in der Welt, in der Online-Welt, das ist dann eben auch das, was direkt sichtbar ist für unsere Kunden, aber auch für die vielen mittlerweile elektronischen Robotoren und Agenten, die durchs Web browsen und eben unter anderem zum Beispiel Google natürlich. Google ist einer der wichtigsten Robotoren. Der sammelt all das, was er über uns findet im Web und präsentiert uns das gerade wieder. Gestern Mittag, vielleicht war der eine die andere, gestern Mittag dabei, als Lukas Stuber uns einen Ausblick gegeben hat in die Zukunft der Suche, wo im Endeffekt diese Daten noch mehr gesammelt und verknüpft werden, um uns praktisch nicht mehr diese Aufgabe zu geben. Wir müssen eingeben, was wir suchen, sondern dass im Endeffekt die Maschine schon weiß, was wir gerade bräuchten, wonach wir suchen. Also you are what you share. Und ich habe hier mal so eine Zusammenstellung mitgebracht, was passiert in einer Minute im Social Web. Und da ist vor allen Dingen für uns natürlich eben interessant zu sehen, dass wir hier diese 320.000 Suchen in Google in einer Minute haben. Und damit ist auch klar, also wenn wir nach etwas suchen, dann eben Aktion bei Google und dahinter steckt eine riesen Technologie und auch eine riesen Datenmenge. Auf der anderen Seite, wenn wir das vergleichen, in einer Minute haben wir aber auch knapp 2 Millionen Likes oder Kommentare auf Facebook. Also auch eine Plattform, in der unheimlich viel geht. Und eine weitere Plattform, die für uns auch im Business sehr interessant ist, ist natürlich YouTube. Wir haben 100 Stunden Videos, die während einer Minute hochgeladen werden und rund 300.000 Videoclips, die in der Zeit angeschaut werden. Und das ist auch enorm wichtig für unsere Arbeit in den Business Networks, dass wir nicht nur mit Bildern und Texten arbeiten, sondern eben auch mit Bewegtbild, mit Videos und hier im Endeffekt unsere Dienstleistung, unsere Produkte auch auf diesem Weg präsentieren. und parallel eben die Tweets, da haben wir ja jetzt fleißig mitgemacht. In einer Minute sind knapp 3 Millionen Tweets, die abgesetzt werden. Vieles davon ist Lady Gaga, Justin Bieber. Ja, aber nicht nur. Ganz wichtig, testen Sie einfach mal Twitter und gehen Sie mal hin und geben Sie Ihre Themen, unter denen man Sie finden sollte oder die Sie interessieren. Geben Sie die dort mal ein. Auf diesem Weg kommen Sie zu Menschen, die sich mit diesem Thema extrem intensiv auseinandersetzen, die posten zu diesen Themen, verbinden das gerade mit Artikeln oder Links zu interessanten neuen Studien. Für mich ist Twitter heute mein wichtigster Weiterbildungskanal. Dort habe ich eine Handvoll Experten, denen ich folge und die twittern wirklich das, was sie jetzt gerade lesen und so bin ich eigentlich immer auf dem neuesten Stand und kann mich sehr gut informieren. Twitter ist ein Kanal, auf dem Sie viele Experten finden und natürlich auch viele Journalisten. Dreieinhalb Minuten, nachdem die Maschine vom Radar der Flugsicherung verschwunden ist, die malaysische Maschine, dreieinhalb Minuten danach gab es den ersten Tweet dazu. Also Sie sind dabei. Also bei dem, was gerade aktuell geschieht, sind Sie dann dabei mit Twitter. Dann, wir haben auch eben auf Twitter, wenn Sie dort auf einen Hashtag-Link klicken, dann lösen Sie damit eine Suche aus nach diesem Fachbegriff und da sehen Sie, wir haben mit 1,5 Millionen Suchen da natürlich enormes Potenzial. Im Vergleich dazu sieht jetzt die dreieinhalbtausend Google Plus Klicks, sieht das ein bisschen mager aus, aber lassen Sie sich davon nicht täuschen. Es ist ein Business-Netzwerk, wo wir wirklich, ich sag mal, in dem Sinne unter uns sind, ohne Justin Biebers und Co. hier geht es wirklich um Business-Bereiche und da ist natürlich auch der Punkt, dass viele, die hier aktiv sind, erkannt haben, wie wichtig Google Plus für die Sichtbarkeit auch in der Suchmaschine ist. Vor allen Dingen in Amerika wird das schon sehr intensiv genutzt. Wir haben auf der Messe hier schon sehr viel über Mobile gehört und das gilt natürlich auch für das Business-Networking. Von denen, die mit dem Mobile unterwegs sind, setzen im Schnitt rund 26 Prozent die Zeit auch für das Business-Networking ein. Und da eben, da ist natürlich Facebook auch mit dabei, das Thema, sich mit seinen bekannten Verwandten auszutauschen, aber natürlich auch auf Business-Plattformen sich zu präsentieren und zu schauen, hat mir wieder auf LinkedIn oder auf Xing jemand eine Nachricht geschickt. Und in diesen Business-Networks haben wir so eine große Welt von Kontakten und das kann eben in verschiedene Richtungen gehen. Das sind vielleicht auf der einen Seite Hersteller von bestimmten Produkten oder Supporting-Prozessen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind natürlich unsere Kunden, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Das ist Presse und Medien, das sind die zukünftigen Kunden. Also wir haben dort sehr viele Bereiche, die wir adressieren können. Und ganz wichtig, Business-Networking, eben, wir sehen das hier an der Messe, es ist immer cross-medial. Wir sind immer online, offline und da an der Stelle bitte, eben legen Sie Ihr Augenmerk drauf, dass Sie hier auch diese beiden Welten wirklich miteinander verbinden und dieses Multi-Channeling auch realisieren, dass Sie es wirklich schaffen, auf der einen Seite mit Ihren Aktionen im Online, aber auch im Offline das zu verknüpfen. Ich werde mich jetzt dem Online widmen, aber ich möchte einfach, dass Sie das mitnehmen. Business-Networking ist natürlich nicht nur online. Und ganz wichtig, Business-Networking ist nicht gleich ein Auftrag. Business-Networking ist langfristig. Also wir starten heute zum Beispiel mit einem, vielleicht haben Sie bei Xing sich beraten lassen und da ein Profil aufgemacht und Sie starten heute an der Stelle. Dann kann es natürlich ein Lucky Punch sein, dass dann gerade morgen sich ein ehemaliger Kollege oder Bekannter meldet und sagt, ah super, du machst jetzt das und das und ich habe hier einen Auftrag für dich. Aber das sollte nicht Ihre Erwartungshaltung sein. Business-Networking, da geht es immer um Menschen und so wie Sie auch im Alltag miteinander kommunizieren, auch das sollten wir mit in diese Online-Welt einbringen. Und es geht im Endeffekt immer darum, Mehrwert zu bieten. Diesen Mehrwert, den Sie auch, wenn Sie mit Menschen kommunizieren, im Endeffekt rüberbringen müssen, um hier eine langfristige Bindung aufbauen zu können. Wo entsteht denn jetzt dieser Mehrwert im Online? Im Online haben wir vor allen Dingen das Thema der Sichtbarkeit. Wenn jemand nach Ihnen, nach Ihrer Firma, nach Ihrem Brand sucht, dann sollten Sie da auch entsprechend gefunden werden. Dann sollten Sie eben von den Suchmaschinen entsprechend gelistet werden. Sie sollten, wenn Ihre Themen irgendwo gesucht werden, dann sollte auch Ihre Website erscheinen oder Ihr Profil, wenn man auf Twitter oder auf Xing nach diesen Themen sucht. Man sollte oder man kann eben auch die Netzwerke ganz gezielt nutzen. Ich zeige das dann gleich nochmal. Und eben vor allen Dingen machen Sie es Ihren Kontakten leicht, auch sie zu empfehlen. Also Business Networking hat ja sehr viel auch mit diesem Empfehlungsmarketing zu tun. Und da bieten uns diese Online-Tools sehr gute Möglichkeiten, um hier aktiv zu werden. Ein weiterer Aspekt eben vom Social Media insgesamt ist natürlich die Interaktion. Sie können hier Gespräche anstoßen, Sie können mitdiskutieren. Aber da muss man sich immer bewusst sein, sobald wir diese Stufe erreichen, das kostet uns Zeit und damit natürlich Geld, wenn wir in diese Interaktion einsteigen. Und da muss man natürlich sich gut überlegen, möchte ich das denn eigentlich? Und kann ich das entsprechend mit meinen Ressourcen realisieren? Und last but not least, online, wir haben eine sehr gute Online-Monitoring-Möglichkeit. Wir können vieles tracken und das sollten Sie auch. Wir haben es vorhin bei der Lucia Jappi gehört. Also all das, was wir bei den Google AdWords machen, das sollte man eben auch entsprechend immer wieder schauen. Bringt es das? Und das gilt natürlich auch für die Business Networks. Aber darauf werde ich jetzt auch ein bisschen den Fokus legen. Also was kann man auch mit relativ schnellen, einfachen Mitteln realisieren? Und da ist natürlich bei den Business Networks das erste Mal die Kontakte, die wir haben. Also wir haben auf der einen Seite hier die Kontakte, das heißt, wir haben die Möglichkeit, Menschen anzusprechen oder zu erreichen. Und das eben mal auf verschiedenen Möglichkeiten. Sie sehen, ich bin da mit meinen 1.900 Kontakten ein bisschen über im Schnitt. Normalerweise hat man so 150. Aber Sie können sich ja vorstellen, das liegt daran, dass sich ja natürlich alle meine Studenten mit mir verbinden müssen. Ja, das ist also, von dem her ist das geschönt, diese Zahl. Und das Zweite ist natürlich, das ist ganz wichtig, schauen Sie Ihre Kontaktdaten an. Also auf allen Plattformen. Immer, wie einfach ist es? Findet man Ihre Kontaktdaten? Kann man sie leicht erreichen? Das sind so die ganz einfachen Schwellen, die manchmal passieren. Und ganz wichtig eben auch hinzuschauen, wir haben auf allen Plattformen, haben Sie immer die Möglichkeit, eben so eine Art Profilspruch oder irgendeinen Hinweis zu geben. Und da können Sie natürlich gerade auch wieder verlinken auf das Thema, was Ihnen gerade am wichtigsten ist. Und das kann man in seinen Publikationsplan einbauen und dann zum Beispiel auch ganz bewusst jede Woche wechseln. Immer wieder auf ein neues Produkt, auf ein neues Thema, auf einen neuen Artikel, den wir verfasst haben, auf ein neues Buch immer wieder hinweisen. Also hier kann man auch entsprechend aktiv das bewirtschaften. Dann natürlich die Erreichbarkeit. Die Unternehmen, Sie haben auch als Unternehmen auf diesen Business Networks, eigentlich geht es ja um Menschen, aber wir haben auch als Unternehmen die Möglichkeit, uns zu präsentieren. Und auch da eben, man kann zum Beispiel Neuigkeiten von Firmen abonnieren. Dann ist es natürlich aber auch wichtig, dass wir immer wieder mal Neuigkeiten haben, die wir dann auch entsprechend zuspielen können. Und auf der anderen Seite, auch hier ist natürlich wieder wichtig, checken Sie, sind alle Daten korrekt? Das sollte man auch regelmäßig prüfen, vor allen Dingen, wenn man dann mal umzieht. Also, dass Sie hier immer gut zu erreichen sind und vor allen Dingen natürlich auch immer die URL da unten, dass die gut sichtbar ist. Das machen Sie es dem Kunden einfach und leicht, Sie zu erreichen. Ein weiterer Aspekt im Netzwerken ist eben das Netzwerk selber. Und das ist jetzt etwas, was wir in der Offline-Welt auch gar nicht leisten können. Das ist das Tolle am Online. Wir haben, ich habe jetzt mal, das ist meine Cloud an Kontakten auf LinkedIn. und da in dieser Galaxie, das von mir aus gesehen, meine Galaxie, da bin ich hier und habe verschiedene Bereiche, die ich, von Menschen, die ich erreichen kann. Und diese Erreichbarkeit, diese Kontakte, die machen unsere Netzwerke so spannend, weil die können wir jetzt praktisch bespielen und nutzen. Und wenn man dann da mal reinzoomt, dann sieht man, aha, da gibt es dann verschiedene größere Hubs, zum Beispiel der Daniel Ebneter, jemand, der immer sehr aktiv ist. Die Lilian Fürstenberg ist immer sehr aktiv. Und das sind alles so Hubs natürlich, die sich um mein Zentrum rum bilden. Und das lässt sich alles darstellen und nutzen. Und deswegen gibt es mittlerweile auch Unternehmen, die diese Netzwerke ganz bewusst nutzen wollen. Ein Beispiel hierfür ist Recomi. das ist eine Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, sie zu bewegen, sich eben mit ihrem Social-Media-Konten anzumelden, sodass man eben auch sieht, mit wem sind sie vernetzt. In der Annahme, dass wenn sie ihr Netzwerk, zum Beispiel, wenn sie da einen Job sehen, der zu jemandem aus ihrem Netzwerk passt, dann könnten sie diese Connection machen, diese Verbindung machen zu diesem Job und dann würden sie damit auch Geld verdienen. Also das ist diese Überlegung, dass ich mein Netzwerk nutzen kann oder zur Verfügung stelle, um damit einen weiteren Schritt zu machen. Und ich bin überzeugt, dass diese Art von Social Recruiting erst der Anfang ist. Vielleicht haben Sie gerade eine Idee, wie diese Netzwerke eben auch für Sie, für Ihr Business interessant wären und genutzt werden könnten. Es gibt bei den Netzwerken eine Regel von Jakob Nielsen, dem Usability Papst, er sagt 90 9 1. Ich habe das mal umgesetzt auf Xing. Wir haben in der Schweiz rund 600.000 Xing-Mitglieder und jetzt sagt der Nielsen, also 90% davon sind sogenannte Lurkers. Die gucken nur, die schauen nur und ungefähr 9% davon sind wirklich Contributors, die teilen etwas mit, die sind auch zwischendurch mal dabei und 1% davon sind diese Super-User, die wirklich viel und aktiv immer wieder da posten und mitmachen und das ist für uns als Marketers interessant, weil auch wenn Sie zum Beispiel feststellen, es läuft nicht so viel auf meinen Business-Accounts, lassen Sie sich nicht täuschen davon, denken Sie immer dran, 90% werden sich nie groß melden. Die lesen aber trotzdem mit, die sind da und das ist eben das Spannende und da stößt die Messbarkeit dann auch an Grenzen zum Teil. Also nur weil da kein Response stattfindet, heißt es nicht, dass es nicht gesehen wurde. Und wenn man das runterbricht auf die durchschnittlichen 150 Kontakte, dann heißt das im Endeffekt, dass von meinen 150 Kontakten rund 135 im Schnitt einfach mal mitlesen, 13 auch wirklich was beitragen und wenn wir im besten Fall, ich habe ein bisschen aufgerundet, dann zwei Superuser dabei haben, die auch wirklich viel Aktionen machen. Also das ist wichtig und deswegen wird es interessant, eben das ist dann aus Xing, wenn Sie auf Ihre Startseite gehen, unten rechts finden Sie auch diese Darstellung für sich, wo man sagt, okay, das sind Ihre direkten Kontakte, Kontakte von Kontakten und Sie sehen, da kommen wir schon auf große Zahlen und die Idee dahinter ist eigentlich, bei LinkedIn sieht man das sehr schön, wenn ich einen Post mache, dann zeigt er mir, wie viele Leute hatten die Gelegenheit diesen Post gerade auch zu sehen und haben den eingeblendet bekommen. Spannend ist dann, ah, da war jetzt jemand, der hat hier sogar gefällt mir gedrückt und dann erscheint mein Post auch in seinem Netzwerk im News Stream und so erweitere ich im Endeffekt meinen eigenen Bereich und dann kann das eben dann nochmal wieder weitergehen, wenn da jemand noch eine weitere Ergänzung macht und ideal wäre es natürlich, wenn das sogar mit einem Kommentar versehen ist, das wäre dann wieder meine Aufforderung, hey, da hat jemand etwas zu deinem schreibt sagt, was hast du verbrochen verbrochen, das ist eine fehlige Fehleinschätzung, die du da gemacht hast, was mache ich dann? Dann gibt es zwei Möglichkeiten, die eine ist, zu sagen, hey, stimmt, da habe ich tatsächlich einen Gedankenfehler gemacht, vielen Dank, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, werde ich gerade korrigieren oder aber ich sage, oh, da hat mich aber jetzt jemand, schießt mich so ein bisschen von der Seite an und dann muss ich mir eben überlegen, will ich darauf überhaupt reagieren? Eine Möglichkeit ist auch zu sagen, nein, ich reagiere gar nicht, weil wir aber in den Business Netzwerken ja die Person erkennen, könnte ich den auch einfach mal anrufen. Gewisse Dinge muss man dann nicht im gleichen Medium diskutieren und das könnte da vielleicht dann auch mal eine Lösung sein. Aber das ist etwas, wo ich empfehle, sich bevor man in diesen sozialen Netzwerken aktiv ist, eben auch sich ein Response Flow Chart, also zu überlegen, wie gehe ich mit Antworten, mit Reaktionen um, dass man das vorher definiert, damit man dann nicht gerade in Stress kommt, wenn das dann das sind Dinge, die sollte man vorher regeln, vor allen Dingen natürlich, wenn man als Firma auftritt. Und eben die Möglichkeit, Sie haben wirklich bei allen Plattformen, sei das jetzt Google+, sei das LinkedIn, sei das Xing, haben Sie natürlich die Möglichkeit, hier mit Beiträgen Ihre Newsline zu füllen und Ihr Netzwerk zu erreichen und dann haben wir die Möglichkeit, also eben wenn die dann sagen, das fand ich jetzt interessant, was sie da geteilt hat, dann sehe ich das gerade durch diese Resonanz und dann sehe ich halt auch, da hat jetzt jemand hier was kommentiert, da könnte ich dann vielleicht auch gerade wieder darauf reagieren. Also diese Wechselwirkung, die ist eigentlich wichtig in dem Business Networks, dass wir hier darauf reagieren und das verstärken und hiermit diesen Netzwerkeffekt nutzen. Empfehlungen und je nach Netzwerk haben wir da unterschiedliche Möglichkeiten. Auf LinkedIn kann man einfach die gesetzten Kenntnisse bestätigen und Sie sehen hier, da erscheinen dann gerade die Profilfotos dahinter. Wer hier sagt, ja doch, das kann sie und die das bestätigen und das wirkt natürlich, wenn dann jemand mal mein Profil schnell durchscannt, hat das natürlich eine Wirkung, vor gewisse von den Profilfotos bekannt sind für Sie. Und vielleicht haben Sie das schon realisiert, wir sind mittlerweile Profilbild Experten, also man hat einen recht guten Speicher dafür, für diese Bilder und erkennt eigentlich recht schnell, ob da ein bekanntes Gesicht dabei ist, den Jörg, den da in der zweiten Reihe, den erkennt man natürlich immer sofort. Und dann eben die Erreichbarkeit, wie gesagt, denken Sie dran, dass Sie auf diesen Plattformen die Möglichkeit haben, Firmen eben zu präsentieren, aber Sie können auch Firmen empfehlen. Und das sind auch diese, ich glaube in der Schweiz sagt man, jemandem einen Stein in den Garten rühren. Und das ist eben auch Teil von diesem Business Networking. Auch wenn man sieht, das wäre eine Unternehmung, die wäre spannend für jemanden, dann kann man hier gerade die Empfehlung machen. Auch solche Dinge eben zu tun. Was ich für Sie mitgebracht habe, ist, weil Business Networking kann man auf zwei Ebenen machen, das eine ist für sich persönlich und dazu hatten wir gestern an Xing Stand einen speziellen Workshop. Ich habe Ihnen aber diese Checkliste für Sie persönlich, also wenn Sie sich persönlich positionieren möchten auf diesen Kanälen, die habe ich Ihnen mitgebracht, die können Sie da vorne am Stand der Fachhochschule dann nachher mitnehmen. Es sind drei Seiten, auf der einen Seite die Idee, welche fünf Punkte man durchgehen sollte, auf der Rückseite habe ich Ihnen meine Business Networking Strategie aufgeschrieben, also als Beispiel und die dritte Seite ist ein Blanko, damit Sie dann Ihre entsprechend definieren können. Und es geht hier vor allen Dingen um die fünf Schritte, was wollen Sie erreichen? Profil Style, wie wollen Sie auftreten, wie wollen Sie auch wahrgenommen werden, sind Sie vielleicht dann eher der kollegiale Typ, treten Sie mit einem Du auf, treten Sie mit Sie auf, was möchten Sie da erreichen, auf welchen Profil Plattformen sind Sie aktiv, wie sieht Ihr Aktionsplan aus, wie oft gehen Sie denn dann auf diesen Plattformen, wie oft sagen Sie das gefällt mir, also dass man da mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt und natürlich auch der Hinweis drauf, monitoren Sie ob über Sie gesprochen wird im Internet. Das habe ich natürlich auch mit meinen Studenten gemacht, die mussten dann auch sagen, warum macht ihr das eigentlich und viele haben dann gesagt, wir machen das, wir sind ja jetzt im Studium, in anderthalb Jahren sind wir fertig und jetzt mache ich mein Xing-Profil mit dem Ziel, einen tollen Praktikumsplatz zu bekommen für die Semesterferien zum Beispiel. Nach dem Kurs habe ich dann mehrere Mails bekommen von Studierenden, die gesagt haben, das hat super funktioniert, sie mussten sich nicht mal bewerben. Dadurch, dass sie sich so gut positioniert hatten, sind die Firmen auf sie zugekommen und haben sie angesprochen, ob sie nicht diesen Praktikumsplatz machen möchten. Also von dem her, man muss sich klare Ziele setzen und auch wissen, woran messe ich, dass ich diese Ziele erreicht habe. Und das sind so Beispiele im Business Bereich vielleicht, wenn man posten, man kann, wenn man etwas verkaufen möchte, auch das geht in diesen Netzwerken, man kann auch ganz klare Angebote machen oder man kann auch natürlich mit seiner Fachkompetenz punkten, indem man seinen Blog und die entsprechenden aktuellen Themen hier bringt. So, also an der Stelle eben, wenn Sie dann als Unternehmen das Thema angehen, Business Networking, dann stelle ich im Moment fest, dass viele Unternehmen Plan drin haben, deswegen also hier so ein Beispiel, wie ein Social Media Konzept aussehen könnte und da ganz wichtig eben auch bringen Sie diese Business Networking Plattform damit rein, definieren Sie, was Sie hier erreichen möchten. Und bei den Strategieoptionen eben viele sind dann erleichtert, vor allem über den Link oben links, wo es dann heißt, man kann auch eine Passivstrategie fahren, man muss im Social Media oder auf den Business Networking Plattformen nicht zwangsläufig aktiv sein, wichtig ist einfach, dass man mal Profile einrichtet und Namen sichert, aber dann reicht eben auch das Monitoring, aber wenn Sie mehr machen möchten, mehr erreichen möchten, dann können Sie halt diese verschiedenen Elemente entsprechend fokussieren, zum Beispiel eben den Vertrieb oder ganz wichtig, viele vor allem auch im Gesundheitswesen, Krankenhäuser im Moment machen Employer Branding auf diesen Plattformen, um Mitarbeitende anzusprechen und sich als guter Arbeitgeber auch zu positionieren. Diese Folie habe ich beim Mike Schwede entliehen, der eben bei uns im CAS dieses Thema der strategischen Positionierung abdeckt und wichtig ist es, wie gesagt, schaffen Sie Relevanz durch Links zu Ihrer Website, im Blog, überall da aktiv sein, versehen Sie die Profile mit den wichtigen Keywords, damit man sie dort findet und vor allen Dingen auch schauen Sie, dass Sie das Google Profil machen und hier mit Ihrer Website verknüpfen. Ich habe das dann hier auch nochmal als Beispiel mitgebracht, also schauen Sie, dass diese Business Networking Plattformen wirklich zu einem Traffic Lieferanten für Ihre Website werden und das kann man an vielen Stellen einbinden, also man kann wirklich auf die verschiedenen Seiten dann verlinken und immer wieder das Einbauen überall wieder hier drauf hinweisen, immer wieder dieses Mach es dem Kunden einfach, dass er mit einem Klick zurückkommen kann und das kann man auf allen Plattformen realisieren, das ist gar kein Problem. Bei Google Plus, ganz kurz erläutert, Sie haben hier eine Google Plus URL, also Ihre Google Plus ID und Sie können parallel unten den Blog oder die Website einbinden und das wiederum in Ihrer Website als Meta-Tag entsprechend hinterlegen und so weiß Google welcher Inhalt von welcher Website oder von welchem Autor kommt und das hat natürlich eine entsprechende Wirkung. Ich wusste ja nun, dass der Jörg da ist und mich moderiert, habe ich das gerade mal als Beispiel gebracht, für ihn ist das Thema Internetstrategie wichtig, darauf hat er dann entsprechend auch das so optimiert und Sie sehen, Google bei der Ausgabe bringt auch gerade noch wie viel in wie viel Google Plus Kreisen er aktiv ist und dieses Profilbild stammt auch von der Google Plus Seite also von dem her wichtiges Element Ich habe es jetzt vorhin schon mal gesagt, es braucht immer diesen klaren Fokus, was mit welchen Begriffen wollen Sie gefunden werden und das entsprechend realisieren und interessant ist, dass gerade auch unsere Business Profile werden in der Suche sehr sehr gut gerankt also es macht wirklich Sinn hier präsent zu sein und deswegen eben hier meine Ermunterung nutzen Sie das aktiv posten Sie bauen Sie aktiv aus auf die verschiedenen Business Gruppen die Sie haben und bei den Plattformen seien Sie nicht also schauen Sie genau wo Sie aktiv sein wollen eben wichtig ist natürlich bei Google vor allem im Fokus zu stehen dass Sie gut gefunden werden aber eben auch bei den Plattformen wenn Sie sich dann entschieden haben wir sind auf Xing wir sind auf LinkedIn dann beobachten Sie auch ein bisschen was läuft auf diesen Plattformen das verändert sich ja auch immer zum Beispiel Xing Xing hat hat diese Bearbeitgeber Bewertungsplattform dazu gekauft auch das eben wichtig mit zu berücksichtigen bei Google Plus ist es wie gesagt das Thema der Autorenschaft ist wichtig und was viele Plattformen jetzt ausbauen ist auch das Thema Werbung also neben dem dass wir Inhalte Content liefern haben wir jetzt die Möglichkeit auf Xing und auch auf LinkedIn Werbung zu schalten um unsere Messages noch stärker rüber zu bringen an die Zielgruppe und neben den klassischen gibt es natürlich auch viele Nischen Netzwerke schauen Sie für Ihren Bereich was da aktuell ist wen Sie eben auch noch in diese Gruppe Business Networks mit hinein nehmen möchten und vieles von dem das hört sich jetzt nach einem Haufen Arbeit an es gibt mittlerweile Tools die uns da unterstützen Marketing Automation Tools und da ist es so wir haben hier mit Buffer zum Beispiel die Möglichkeit auf verschiedenen Plattformen gleichzeitig zu posten oder eben mit Hootsuite und mittlerweile sind auch die großen Anbieter hier vertreten die uns da unterstützen IBM ist hier auch gerade an der Messe vielleicht schauen Sie auch dort nochmal vorbei es also spannend dass man uns hier unterstützt möglichst effizient zu sein last but not least zum Schluss eben das Minimal Monitoring ist dann hier zum Beispiel auf Talkwalker dass man da den eigenen Namen entsprechend sucht oder eben auf Google Alerts und damit eben you are what you share und ich würde mich sehr freuen wenn Sie sich an der Stelle mit mir vernetzen und eben unserer Fachhochschule folgen ist das alles